Mr. Wolverine, open this gate. In den Brandenburger Sand setzen wir ganz entspannt den Airport Willy Brandt. Open. Jetzt machen wir nicht so eine Hektik. Seid man ein bisschen tolerant und nervt nicht rum mit dem Termin. Die Mühlen mal anders in Berlin. Open this gate. Ist ja gut, klar wir haben mal irgendwann gesagt, im Juni 2012 wird das Ding aufgemacht. Wir haben es ja selber gedacht, doch auf einmal Brandschutzprobleme beim Airport Willy Brandt. Hätten wir ihn Marlene Dietrich Airport genannt, hätten wir jetzt keine Frage. Probleme mit der Schließanlage. Mann, es ist doch das Normalste von der Welt, dass man mal einen Termin nicht einhält. Was soll der Affentanz? Hey Leute, Toleranz. In den Brandenburger Sand setzen wir ganz entspannt den Airport Willy Brandt. Open this gate. Mann, oh, drängelt nicht so penetrant. Hey, ihr könnt ganz beruhigt sein. Wo, wie und Platzi weint das Ding schon irgendwann ein. Ja, mach nur einen Plan, mach noch nen zweiten Plan. Gehen tun sie beide nicht. Sag recht und da hat er wieder mal recht. Zum Beispiel der Finanzplan. Boah, angesichts der Zahlen hätte mancher laut aufgeschrien. Kohl, wir sind hier in Berlin, auch ein Finanzrahmen braucht Toleranz. Auch wenn jetzt Insolvenz droht man, der Bund ist mit dem Boot. Und Bayern, ein Geniestreich, dieser Länderfinanzausgleich. In den Brandenburger Sand setzen wir ganz entspannt den Airport Willy Brandt. Open. Jetzt hör mal auf zu drehen. This gate. Völker der Welt schaut auf diese Stadt, die wieder mal alle Rekorde hält. Airport Willy Brandt, der leiseste Flughafen der Welt. Mr. Wolverine, open this gate. Und schlaste mal. Denk doch mal die Anwohner.